Liebe Hörerinnen und Zuschauerinnen, ja, der Sommer ist so langsam da und auch Zeit für uns, eine kleine, aber feine Sommerpause im Juli einzulegen. Und wir freuen uns sehr auf neue Ideen und vor allem neue Gäste, spannende Themen und geballte Finanzpower. Und damit kommen wir im August wieder zurück. Und es geht natürlich auch weiter auf den Kanälen der Brigitte Academy, auf Instagram, Facebook oder auch LinkedIn und natürlich hier auf YouTube mit spannenden Inhalten. Also schaut gerne mal vorbei und jetzt würde ich euch sagen, einen wunderschönen Sommer und viel Spaß. Weil wer zu viele Sachen auf einmal lernt, der überfordert sich und der wird wahrscheinlich am Ende des Tages nicht viel lernen. Viele haben Angst, eine Reinigungskraft zu bezahlen und vergessen aber selbst, dass vielleicht ihre Stärke gar nicht darin liegt, eine Wohnung sauber zu machen. Also ist die KI in dem Fall wie ein richtig, richtig guter Praktikant, der unterm Sprich aber natürlich noch nicht mal Mindestlohn von mir kriegt. Herzlich Willkommen bei What The Finance, dem Finanzvodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Maria Weber und ich bin Redakteurin und Host dieses Vodcasts und wir bringen alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Heute geht es um das Thema Weiterbildung 4.0 und ich freue mich sehr, dafür Laura Lewandowski begrüßen zu dürfen. Sie ist Content-Creatorin und hat eine Online-Coaching-Plattform gegründet. Ja, wir sprechen über Weiterbildung. Du hast selber auch investiert als Business Angel, Hilfsanderin ihre Karriere aufzubauen und neue Skills auch zu erwerben. Wie hast du dich denn selber vor allem finanzfit gemacht? Zuerst mal habe ich festgestellt, dass ich es nicht war. Ich glaube, damit startet wirklich jede Reise mit der Selbsterkenntnis, dass man was machen muss. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat früher an der Börse gearbeitet und dementsprechend habe ich mir natürlich erhofft, dass er mir alles sagen wird, was er weiß. Seine Devise war leider eine andere. Er hat gesagt, Laura, wenn ich dir alles erzähle, wirst du dein Gehirn nicht mehr einschalten. Bitte begeb dich selber auf die Reise. Das habe ich dann auch gemacht und ich erinnere mich noch an meinen ersten Versuch in Aktien zu investieren, der erst mal fast krachend gescheitert ist. Ich habe nämlich die Aktiennummer, diese sogenannte WKN-Nummer, in aller Aufregung falsch eingegeben und eine Aktie gekauft, die total den Bach runtergerauscht ist und ich natürlich dann auch mein Geld verloren habe. Ich sage mal so, im Nachhinein, ich habe viel daraus gelernt. Ich bin hoch konzentriert, wenn ich ab sofort Aktien kaufe. Der Fehler unterläuft mir jedenfalls nicht mehr. Er hat mich aber auch nicht daran gehindert, weiterzumachen, weil klar, auf jeder Reise wird man Fehler machen und daraus muss man lernen. Aber wichtig ist, dass ich ganz am Anfang angefangen habe zu gucken, wo muss ich ihn jetzt ansetzen. Mein Finanzwissen damals war sehr, sehr rudimentär. Ich habe mir wirklich erst mal YouTube-Videos angeschaut, die mir erklären, wie genau der Aktienmarkt funktioniert, was genau eine Aktie ist, was ist überhaupt ein ETF, was sind Derivate, diese ganzen Fachbegriffe. Das hat sich für mich angefühlt, wie eine neue Sprache zu lernen und ich habe das dann mitgeschrieben, richtig, richtig oldschool. Und ich muss auch sagen, dass es nicht damit getan war, einmal ein Video anzugucken, sondern teilweise habe ich mir die über die Monate immer wieder angeguckt, weil ich vergessen habe, was eine Aktie war. Also klingt blöd, aber ich glaube, das geht vielen Menschen da draußen so, die sich in neue Themen einarbeiten. Jedoch, je mehr Bücher ich dazu gelesen habe, je mehr Videos ich geguckt habe, je mehr Podcasts ich gehört habe, desto besser wurde mein Wissen und ich habe gelernt, dass ich mehr und mehr Bescheid wusste. Das ist auch ein Prozess, den kann man natürlich beschleunigen. Ich kann einen Crashkurs machen, der geht drei Monate und ich lerne alles auf einmal. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber dafür habe ich dann sozusagen auch sukzessive mein Wissen aufgebaut. Also du hast dir sukzessiv, also nach und nach dein Wissen gerade im Bereich Finanzen aufgebaut. Jetzt schauen wir einmal auf die Finanz, aber auf die Arbeitswelt. Man braucht ja immer mehr Skills, immer mehr Fähigkeiten, Kompetenzen. Die Arbeitswelt wandelt sich total. Welche Skills brauchen wir denn heute, um erfolgreich zu sein? Das wichtigste Skill, das wir wirklich brauchen, ist die Fähigkeit zu lernen. Und lernen bedeutet, wir können eine Sache nicht und wir wollen dahin, dass wir sie können. Eine neue Sache zu lernen, kostet aber Überwindung und Mut. Wir alle wissen, wie das damals als Kinder war. Boah, das kann ich nicht, die Sprache kann ich noch nicht in der Schule, da muss ich mich weiterbilden. Keiner hat Lust, ein Anfänger zu sein. Aber ich glaube, die Zukunft ist darauf ausgelegt, dass wir immer wieder Anfänger sein werden. Und wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir irgendwann mal was gelernt haben und jetzt sagen, ach, wir sind doch jetzt erwachsen, wir sind doch jetzt groß und jetzt hört die Arbeit auf. Was das betrifft, werden wir also alle zurück in die Kinderschule gehen. Das bedeutet, wir müssen uns dafür öffnen für Dinge, die wir nicht können. Wir müssen den Mut haben, nachzufragen, wenn wir was nicht können. Das bedeutet auch, dass wir vielleicht nicht immer die Älteren fragen, dass sie uns was beibringen, sondern jetzt auch die Jüngeren. Wenn ich im Bereich künstliche Intelligenz oder Apps oder Social Media was lernen möchte, dann frage ich oftmals Leute Anfang 20, weil für die ist es einfach noch nativer als für mich, obwohl ich jetzt auch nicht zur alten Generation gehöre. Aber hier wichtig, nachfragen, den Mut haben zu sagen, okay, ich setze mich da jetzt hin und ich ziehe das durch und ich weiß, dass es mich nervt und ich weiß, dass ich ein Anfänger sein werde. Und systematisch vorangehen. Und zwar nicht alles auf einmal lernen, sondern sagen, hey, die nächsten drei Monate widme ich mich jetzt folgendem Thema. Weil wer zu viele Sachen auf einmal lernt, der überfordert sich und der wird wahrscheinlich am Ende des Tages nicht viel lernen. Jetzt ist natürlich Lernen auch wieder ein Side-Invest. Was sind so Methoden, die du wirklich weiterempfehlen kannst, gerade auch als Frau neben Vollzeitjob und Familienleben? Schau in deinen Kalender, überlege, mit was verbringst du Zeit und frage dich, zahlen all die Aktivitäten, die du gerade machst, auf ein höher geordnetes Ziel ein beziehungsweise denke langfristig, welche der Aktivitäten, die du heute machst, schaffen später mehr Zeit. Was meine ich damit? Wenn du jetzt in dein Handy gehst, die App aufmachst und überlegst, wie viele Stunden du am Handy hängst, bringt dir das nächste Woche Freiraum wahrscheinlich eher nicht. Wenn du sagst, okay, ich diszipliniere mich jetzt und auch dafür gibt es zum Beispiel Apps, die uns wirklich daran hindern, unser Handy ständig in die Hand zu nehmen. Wenn du diese acht Stunden pro Tag, die du am Handy rumdaddelst, die du suchst, die du auf Netflix abhängst, sagst, nein, ich investiere das jetzt in meine Zukunft und da eine Verpflichtung mit dir selber eingehst, dann hast du schon mal den ersten Schritt geschafft. Ich gehe da relativ, ja, teilweise auch streng mit mir vor, weil ich sage, ich habe ein Ziel, ich weiß, wofür ich es mache. Ich kenne meine Motivation und ich kenne mein Wofür. Ich mache es nicht einfach, weil es jeder macht, sondern ich erhoffe mir was davon. Und das ist ja auch aus der Verhaltensforschung beziehungsweise aus der Habitforschung. Wenn du weißt, wofür du etwas machst, dann fällt es dir einfacher, das durchzuziehen. Du hast jetzt gerade schon Apps genannt oder auch digitale Tools, mit denen du dein Selbstlernen vereinefachst. Gibt es auch noch andere Methoden, wo du sagst, das ist für dich ein Game Changer zu lernen? Ich finde, in der Gruppe lernen ist einfacher als alleine lernen. Das merken wir bei Rethink Careers in unserem Online-Coaching extrem. Natürlich kannst du alle Reflexionsfragen selber lösen. Aber sind wir mal ehrlich, wer zieht wirklich von A bis Z in seinem Bett sitzend einen Online-Kurs bis zum Erfolg durch? Die allerwenigsten. Der Austausch mit einer Gruppe bedeutet einfach, du lernst gleichzeitig. Du hast Menschen, die ihre Gefühle, ihre Erfahrungen auf der Reise teilen. Und ganz ehrlich, in Abnehmprogrammen von großen Anbietern, die wahrscheinlich jeder kennt, wird das ja schon seit Jahren propagiert, dass es sich gemeinsam leichter abnehmen lässt. Und ich glaube, das ist bei jedem anderen Thema auch so. Was sind vielleicht auch so aus den letzten Jahren so ein bisschen deine Learnings beim Thema Lernen? Du hast natürlich auch in den letzten Jahren eine Familie gegründet, hast ein eigenes Online-Business, also viele Themen. Da einen richtigen Fokus zu finden, stelle ich mir jetzt auch noch nicht leicht vor. Ich finde das auch mal spannend, wie man so einen Fokus schaffen kann, um Selbstlernphasen da auch zu initiieren, sich ein Buch zu nehmen. Also wie sind da deine Methoden? Wie gehst du da ran? Also ich schaue mir oftmals an, was bringt mich jetzt wirklich weiter? Ich habe lange den Fehler gemacht, dass ich sehr viel im Business gearbeitet habe. Das heißt, ich war diejenige, die die Texte geschrieben hat. Ich war diejenige, die alle Sachen ausgeführt hat. Aber dadurch hatte ich natürlich am Ende des Tages keine Zeit mehr, mir wirklich zu überlegen, wohin soll das Ganze eigentlich führen? Und egal, ob angestellt oder selbstständig, auch diese Frage kann man sich im Privatleben stellen. Bin ich diejenige, die ständig nur abarbeitet, die den Haushalt schmeißt, die die Kinder betreut? Oder überlege ich mir vielleicht, hey, wie will ich mein Leben als Mutter gestalten, als Ehepartnerin, als was auch immer? Und wie kann ich mir ein System erschaffen, das darauf einzahlt, mir freie Zeit zu geben? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, viele haben Angst, eine Reinigungskraft zu bezahlen und vergessen aber selbst, dass vielleicht ihre Stärke gar nicht darin liegt, eine Wohnung sauber zu machen. Ich beispielsweise bin darin noch nicht mal gut. Ich kann das, ich mache das auch, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Und wenn ich mit unserer Reinigungskraft darüber spreche, denke ich mir so, wow, wie viel Ahnung und Lust, die auch darauf hat, das zu machen. Und denke mir so, warum soll ich quasi meine Lebenszeit in etwas investieren, was mir nicht entspricht? Das meine ich auch nicht wertend, jeder hat eigene Talente, aber ich weiß, dass ich, wenn ich meine Sachen in, wenn ich meine Aufgabe und meine Energie in die richtigen Sachen stecke, mehr Geld am Ende rausbekomme, wie wenn ich zu Hause stehe. Geht mir übrigens ganz genauso beim Thema Haushalt, da habe ich auch keine Lust drauf. Aber gehen wir nochmal kurz zu den Methoden und den Fokus finden. Du hast ja auch gesagt, es macht total Sinn, Dinge vielleicht auch out zu sourcen, aber sich auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich Sinn machen und Spaß machen. Wie sieht es denn da beim Einsatz mit KI für dich aus? Nutzt du schon KI und wie nutzt du auch künstliche Intelligenz für Tools, für Methoden und andere Abläufe? Künstliche Intelligenz macht vor allem dann Sinn, wenn wir genau wissen, welche Aufgaben wir davon erledigen lassen wollen. Was meine ich damit? KI wird mir nicht mein komplettes Business revolutionieren, sondern ich muss schauen, welche Aufgaben sind ständig wiederkehrend, also repetitiv, welche sind relativ ähnlich vom Ablauf her und folgen einer bestimmten Logik. Ich nutze zum Beispiel ChatGPT zur Vorbereitung von Interviews. Ich nutze Perplexity AI, das ist eine KI, die mir aktuelle Trends, Forschungsergebnisse und Studien ausspuckt, um meine Recherche zu untermauern. Ich nutze ein Podcast-Tool, das mir automatisch Transkripte, also das geschriebene Wort einer Episode ausspuckt, sodass ich mich nicht stundenlang hinsetzen muss und alles mit der Hand drunter tippe. Das sind Sachen, die brauche ich für meinen Job, die würden mich aber alternativ extrem viel Zeit kosten. Also ist die KI in dem Fall wie ein richtig, richtig guter Praktikant, der unterm Sprich aber natürlich noch nicht mal Mindestlohn von mir kriegt, sondern im besten Fall einfach nur Zehner im Monat kostet. Und so sollte man die KI, glaube ich, auch sehen. Eine KI ist nicht der Vorstand im Unternehmen, sondern einfach ein sehr, sehr guter Zuarbeiter, eine sehr gute Hilfskraft, die aber natürlich auch immer noch Betreuung braucht. Auch ich würde jetzt keine Gehaltsverhandlungen von einem Praktikanten, der seit zwei Monaten in meinem Team ist, führen lassen, wenn es darum geht, ob meine Firma ein neues Investment kriegt, sondern natürlich würde ich dem über die Schulter schauen. Ich muss die Fakten checken. Ich meine, gerade im Journalismus kann man sich nicht darauf verlassen, dass JGPT mir die perfekte Antwort gibt. Im Gegenteil, aber natürlich beschleunigt es den Prozess. Und ich habe letztens von Lea Steinacker, eine KI-Expertin aus Deutschland, gehört, dass wir uns entweder in die Position eines Cyborgs oder eines Zentauren begeben müssen. Was meine ich damit? Zentauren sind ja diese Figuren, die halb Mensch, halb Pferd sind. Also das heißt, welcher Teil in mir braucht mich als Mensch? Vielleicht die Empathie und das Feinfühlvermögen, das Einfühlungsvermögen? Und wie kann ich sozusagen eine KI als Ergänzung finden? Oder wir haben die Cyborgs, die total mit der Technik verwoben sind. Das sind auch vielleicht dann die Superoptimierer, die ihren Schlaf tracken und die Ernährung tracken und alles optimieren müssen. Auch die gibt es, aber es muss nicht immer der Cyborg sein. Es kann auch ein Zusammenspiel sein. Und ich glaube, die Kunst ist wirklich herauszufinden, wo liegt der Sweet Spot, wo bin ich richtig gut und was möchte ich auch weiterhin, aber trotzdem selber machen. Du hast jetzt schon einige KI-Tools genannt. Zum Selberlernen, wie finde ich denn genau das passende Tool für meine Lernbedürfnisse? Hast du da auch einen Rat, eine Empfehlung aus deinen Learnings bisher? Also ich würde mir erst mal einen bestimmten Arbeitsbereich anschauen, der immer wiederkommt. Das kann zum Beispiel E-Mails sein. So, in den E-Mails kommen da ständig Anfragen rein, die meistens die gleiche Antwort von mir erfordern. Wenn dem so ist, muss ich die jedes Mal selber tippen oder habe ich mir vielleicht sogar schon so eine Art Template, einen vorgeschriebenen Satz irgendwo abgelegt, den ich jetzt Copypresser reinmache? Oder nutze ich eine KI, die bei gewissen Schlagwörtern automatisch die Antwort sendet? Da hätte ich sehr viel Zeit gespart. Genauso beim klassischen E-Mail-Marketing. Da kommt jemand rein, der möchte mein Produkt kaufen. Die E-Mail wird innerhalb von 24 Stunden nicht geöffnet. Automatisiert geht ein Reminder raus. Hallo, wir sind noch da. Bitte mein Produkt kaufen. Das würde ich ja ohne eine KI und Automatisierung händisch machen. Würde mich natürlich unfassbar viel Zeit kosten, weil spätestens wenn zehn Leute E-Mails schreiben, da bin ich ja nur noch beschäftigt. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass KI natürlich in unserem Alltag schon eine extremst große Rolle spielt. Jedes Social-Media-Netzwerk, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es TikTok, alle beruhen auf einer KI. Die komplette personalisierte Werbung ist eine KI. Songs auf Spotify, die mir generiert werden und wo mir am Ende des Jahres meine Super-Playlist vorgeschlagen wird, auch alles KI-basiert. Also das heißt, wir sind ja mitten im Zeitalter der KI gelandet. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht mal raus. Wichtig ist wirklich nur zu gucken, welcher Aufgabenbereich erfordert eine sich wiederholende, wie ich eingangs schon gesagt habe, Tätigkeit und gibt es dafür ein spezifisches Tool, das ich einsetzen kann. Dazu abschließend auch noch, KI ist natürlich eine Methode, sich auch, sag ich mal, Wissen anzueignen, neues Wissen kennenzulernen über verschiedene Plattformen und auch zusammenzufassen, was in Büchern, Newslettern etc. irgendwie an Wissen auch schon auf dem Markt ist. Würdest du für dich sagen, Weiterbildung gehört mittlerweile zu deinem Arbeitsalltag dazu, also wirklich zu deinem täglichen, routinierten Arbeitsalltag? Ja, und dieser Switch im Denken und der Perspektive ist so, so wichtig, weil ich als Unternehmerin, und das Gleiche gilt aber auch für Angestellte, werde nur weiterkommen, wenn ich mich auf dem Laufenden halte. Das heißt, ich habe für mich beschlossen, wenn ich Bücher lese, wenn ich Podcasts höre, wenn ich YouTube-Videos anschaue, dann ist das etwas, was in meiner Arbeitszeit passiert, wenn man das so möchte. Dann ist es eine Aufgabe, die ich priorisieren werde, genauso wie Rechnungen schreiben. Das ist nichts, was ich nur nebenbei mache, bevor ich ins Bett renne und eigentlich schon super müde bin, sondern das trägt zum Erfolg bei. Genauso im Angestelltenverhältnis. Wenn ich mich weiterbilden möchte, wenn ich vielleicht eine höhere Position anstrebe, ja, natürlich muss ich mich weiterbilden. Außerdem muss man auch ganz klar sagen, nichts ist sicher, aktuell weniger denn je. Das heißt, im Angestelltenverhältnis kann ich niemals sagen, ob es meinen Job morgen noch gibt. Als Unternehmerin kann ich nie sagen, ob es mein Geschäftsmodell morgen noch gibt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass alles automatisiert wird und selbst auf Social Media KI-generierte Posts von KI-Bots beantwortet werden, dann implodiert die Social-Media-Landschaft, dann sind alle Influencer arbeitslos. Also wenn man das ganze Szenario mal auf die Spitze treiben würde. Von daher ist es unsere Pflicht. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, weil keiner kommt und sagt, übrigens, hier ist das ganze Wissen, es gibt noch keinen Chip, den du dir in deinem Gehirn pflanzen kannst. Ja, vielen Dank, Laura. Also Weiterbildung ist auf jeden Fall das Must-Do in unserer Lebens- und Arbeitszeit. Und wenn ihr mehr über Tools erfahren wollt, schaut einfach mal in unsere Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.